Parcours ist für mich einfach mit seinen Freunden zusammen raus zu gehen, gemeinsam eine gute Zeit zu haben und einfach versuchen, sich so frei wie möglich zu bewegen und einfach Spaß zu haben. Ich bin Tim Walkenmaier, 28 Jahre alt, bin gebürtiger Speirer und unterrichte seit zwei Jahren zusammen mit meinem Hund Fieber Parcours in Mannheim, mit der Parcours-Akademie, die ich selbst gegründet habe und bringe Leuten bei, sich frei zu bewegen. Parcours kann auch jeder machen, das heißt, es ist völlig irrelevant, wie groß du bist, wie schwer du bist, wie alt du bist. Solange du Lust hast, dich zu bewegen, kommst du vorbei und wir trainieren einfach zusammen.